Grüezi und herzlich willkommen zum nächsten Gummilove Quickie. Wieder mit Alina, sie ihr Pronomen, und Moni, auch sie ihr Pronomen. Heute geht es um einen Ambassador von Gummilove, nämlich der Giganto. Der sitzt auch hier, du kannst dich kurz vorstellen. Ja, freut mich. Schön darf ich hier sein. Mein Name ist, wie gesagt, Giganto, auch bekannt als Ivo Orlik mit bürgerlichem Namen. Und mein Pronomen ist he. Okay, perfekt. Starten wir gleich beim Anfang. Wie bist du zu Gummilove gekommen? Wie kennst du Gummilove? Wie steht dir deine Beziehung damit? Eigentlich schon. Ich kenne Dani von Gummilove schon ganz lange. Schon ganz früher, als ich zum ersten Mal am Open Alumnetia war, vor mehr als 10, 15 Jahren, war er schon dort vor Ort. Es hatte einfach so einen coolen Vibe, das ganze Gummilove-Ding. Es ist einfach cool. Es war cool und es ist immer noch cool. Und das hatte ich irgendwie immer in meinem Kopf drin. Gummilove ist cool. Und irgendwann, ja, war der Dani auf der Suche nach jemandem. Ich war auf der Suche nach neuen Partnern. Und ja, so haben wir es miteinander gefunden. Und seitdem bin ich eigentlich, unterstütze ich mit meinem ganzen Herzen das ganze Projekt von Gummilove. Und ich finde es richtig toll und richtig wichtig. Und ja, ich bin stolz, ein kleiner Teil von Gummilove zu sein. Ah, das ist sehr schön. Ja, und jetzt gleich Ambassador Open Alumnetia, du rappst. Stimmt das? Zwischendrin an Werktagen. Heute ist Freitag, ja, könnte sein. Ja, heute rappe ich, ja. Seit wann machst du das denn schon? Ich würde mal sagen, seit ich 15 bin. Jetzt bin ich 30, also, naja, rechnet mal selber. Es tut so weh, wenn ich daran denke, dass ich jetzt schon 30 bin. Eine gefühlte Ewigkeit bin ich schon dran am Rappen, ja. Und mittlerweile kann ich es ganz gut, denke ich mal. Und wann hast du angefangen, deine Lieder zu veröffentlichen? Ich habe es relativ schnell gemacht. Also so eben mit 15 habe ich angefangen zu rappen. Ich habe die Songs aufgenommen, natürlich in bekackter Qualität. Habe dann gedacht, ja, knallst du mal raus. Dazu mal war alles noch auf YouTube. Und ja, es war so unüberlegt. In den jungen Jahren habe ich ganz viel Zeugs rausgehauen, einfach weil ich gerade Bock hatte. Retrospektiv würde ich sagen, ist nicht so geil. Also lieber, und das passt vielleicht auch bei allen Sachen, die wir vielleicht auch damit isieren werden, einfach ein bisschen Zeit lassen und dann raushauen. Weil Schnellschüsse, so retrospektiv gesagt, nicht so schön. Also lieber ein bisschen länger dranbleiben und ein bisschen qualitative Zeugs machen. und dann raushauen. Und was hast du, über, was hast du mit 15 so gerappt? Gut, da frage ich mich heute auch noch so zwischen, was habe ich eigentlich gerappt, was hat mich da beschäftigt? Ich weiß, mein allererster Song hieß Mia Klasse, also meine Klasse auf Retro-Homanisch. Das hatte ich dazu mal in der Oberstufe gemacht und hatte so über meine Klasse gerappt. Das waren so meine, meine Problemchen, meine klasseninternen Problemchen. Und dann kam ich dann schnell ein bisschen älter. Und dann mit 20 ging es dann schon ab mit allem Möglichen, wo ich mit 16 mich nie getraut hätte. Aber wenn du das ein paar Jahre machst, dann werden die Themen auch, finde ich, ein bisschen brisanter. Und du getraust dich auch, Gefühle anzusprechen. Du getraust, ja, auch mehr Geschichten aus dem Leben zu berichten. Weil ich finde es relativ einfach, über beliebige Themen zu reden, wie, ich weiß nicht, typisch Hip-Hop-mäßig, ja, mein Autor, meine Gang und bla bla bla. Finde ich so, ja, ist einfach gemacht. Aber über Gefühle sprechen, finde ich relativ schwierig. Und vor allem, weil es Retro-Romanisch ist. Und die Leute, die das hören, die verstehen das ja. Und das romanische Gebiet ist relativ klein. Man kennt sich und dann finde ich es relativ schwierig und angreifbar, wenn du deine Gefühle so stark zeigst. Aber mache ich immer noch gerne und kann damit gut leben. Und warum auf Retro-Romanisch und nicht auf Deutsch? Oder Bündner-Deutsch? Ja, ich sage, mittlerweile könnte es gut funktionieren. Also, was man alles im Studio zusammenbasteln kann, ist heutzutage crazy. Also, da würdest du niemals raushören, dass ich Retro-Romaner bin. Also, ob ich es jetzt auf Hochdeutsch machen würde oder auf Schweizerdeutsch. Es wäre möglich, wenn du dir richtig Mühe gibst, dann wäre es bestimmt auch cool. Aber ich habe mit dem angefangen, mit dem romanischen Ding. Es ist ein Herzensprojekt. Und ich mache es einfach, weil ich denke romanisch, ich fühle romanisch. Ja. Ja, also, das ist so. Es fühlt sich irgendwie falsch an, wenn ich auf Deutsch oder Schweizerdeutsch rappen würde. Ja, vollverständlich. Und darum bin ich so ein bisschen ein retro-romanischer Patriot, muss man sagen. Stimmt, es gibt nicht viele. Nein, eben, es gibt nicht viele Rapper, die auf romanisch rappen. Es gibt schon ganz, ganz wenig Retro-Romane. Ja, eben nie. Man sagt so gefühlt 60, 70.000. Ja. Und von denen gibt es jetzt aktuell aktiv drei Rapper. Einer aus dem Angadin, der Snooog, und dann gibt es noch den einen Freund von mir aus Lark, Sirius und mich. Ja, okay. Und dann gab es natürlich auch noch die Lyrikas Annalas, die haben aufgehört und es waren so die Pioniere. Ja. Aber ansonsten gibt es wenige. Und jetzt auf Romanisch gibt es ja verschiedene Dialekte auch. Fünf. Und ja, eben, mein alter Mitarbeiter redet auch Romanisch und er hat dann auch gesagt, untereinander versteht ihr euch auch nicht wirklich gut. Ja. Raps du da ein sogenanntes Hochromanisch, was alle verstehen? Gibt es tatsächlich. Also es gibt fünf Idiome in den verschiedenen fünf. Teilen aus Graubünden. Und dann gibt es ein Mix, also ein sechster Idiom, ein Mix gemacht aus all diesen fünf. Also man hat von, das ist so eine künstliche Sprache, die man vor, ich sage, ich weiß nicht genau, 30, 40, 50 Jahre erfunden hat und lasiert hat. Das ist so ein Mix aus allen fünf. Die Wörter, die am meisten gebraucht wurden, in allen Idiomen, hat man dann genommen und Sachen zusammen gemischt. Mache ich aber nicht, ist mir, beherrsche ich zu wenig. Ja. Weil es ist eine Schriftsprache vor allem, wird nicht so oft geredet. Darum nein. Ich mache Sur Silvan, aus der Sur Selva. Sur Selva heisst Oberland, auf Romanisch. Und das ist so das Idiom, wo mittlerweile, glaube ich, die meisten reden. Aber es gibt überall wunderschöne Flecken und wunderschöne Romanisch-Dialekte. Da muss ich sagen, bin ich schon, ihr merkt, ich schwärme von Romanisch. Ja. Es ist auch eine sehr schöne Sprache. Aber jetzt, vor allem auch im Rap, ist das ja alles sehr schnell und keine Ahnung was. Hast du auch schon das Feedback bekommen, dass Leute das gar nicht verstehen? Weil im Deutschen verstehe ich es auch nicht oft, wenn die wirklich schnell... Das stimmt. Nee, so schnell rappe ich nicht. Aber es ist natürlich... Die Sache ist die, wenn wir Live-Konzerte spielen, an verschiedenen Open Airs etc. spielen wir auch vielmals in schweizerdeutschen Städten, wo die Leute natürlich nichts verstehen. Umso schwieriger ist es, die Leute so zu catchen und trotzdem zum Tanzen zu animieren. Es ist eine doppelte Challenge. Kann aber auch cool sein, weil wenn die Texte den Leuten nicht gefallen, feiern sie vielleicht den Mut vom Song oder vielleicht die Vibes, die wir rüberbringen. Also es ist Pro und Contra, das Romanische. Aber ich kann gut damit leben, dass viele Leute das nicht verstehen. Wir probieren zwar immer wieder die Texte zu übersetzen, damit man weiß, um was geht es ungefähr. Aber finde ich nicht so schlimm, dass nicht alle das verstehen. Okay. Das ist ganz okay so. Ja, eben. Das muss nicht immer sein. Aber jetzt besonders, du hast es vorhin bereits angesprochen, das Thema mit dem Verletzlichsein oder dass halt die Leute, die man kennt, die kennen dich, die hören deine Musik und die verstehen das auch wahrscheinlich im Großteil. Und jetzt besonders auch wieder zurück, indem schon früh angefangen zum Rappen und auch im Zusammenhang mit Gooby Love, Sex im Thema Rap. Ich glaube, man kennt es eben, du hast es vorhin angesprochen, auf die Seite mit den krassen Autos und ich habe viel Geld und ich habe die Gang. Aber es gibt auch, ich habe die Bitch, ich habe die Frauen am Start. Hast du das auch eingebaut in deine Texte? Vielleicht auch, als du jünger warst oder nicht? Nein. Dafür ist, wie gesagt, das Romanische viel zu, es ist verbunden mit Dörfern, mit Tälern. Es ist, wir haben nicht mal irgendwie ansatzweise etwas mit diesem Alltag zu tun bei uns in den Bergen. Also wäre es irgendwie auch nur irgendwie erfunden, solche Sachen zu rappen. Und eben, wenn du jetzt sagst, Wörter wie Bitch und so Zeug, das brauchen sie eigentlich in Amerika extrem viel, im Deutschen auch, gibt es auch in Schweizerdeutschland mega viel. Ja, finde ich jetzt nicht so aussagekräftig. Ja, ja. Braucht es nicht unbedingt. Also, ich finde, man kann sehr gut über Sex reden, über perverse Sachen von mir aus auch, kein Problem. Aber so einfach so billige Beleidigungen oder vielleicht ist nicht mal das Beleidigungen gemeint, finde ich so ein bisschen plump und so. Ja, gibt es Besseres. Sprichst du dann auch in deinen Texten, also wir haben uns ein bisschen was rausgesucht, ich vielleicht tue jetzt alles, ob ich noch von nichts weiß, aber du sprichst auch in deinen Texten über Liebe und auch über Sex. Ist das vielleicht auch in einem kleinen Dorf, in dem man lebt, was eher vielleicht, ich will das jetzt nicht so nennen, aber so vielleicht konservativer ist, wo man eben nicht oft über solche Sachen spricht, auch ein Thema gewesen, als du da das erste Mal vielleicht so einen Song veröffentlicht hast? Ich glaube, ich war von früh auf schon, war es mir relativ egal, was die anderen wie gedacht haben. Es gibt Leute, die brauchen ein bisschen länger, bis sie genug selbstbewusst sind, um zu sagen, fuck off, ich mache, was ich will. Hatte ich relativ schon früh und dementsprechend habe ich auch irgendwann schnell mal angefangen, über meine Gefühle zu reden, habe gedacht, ist mir egal, wenn du weisst, was ich mache, wie ich denke. Finde ich sogar noch schön, weil ich finde es schön, wenn man mit der Musik Fussabdrücke hinterlassen kann. Und das ist irgendwie so ein persönlicher Fussabdruck von mir, irgendwie ein Teil von einer Geschichte aus, einer Situation in meinem Leben, wo ich irgendwie verpacke. Und ja, wenn ich im besten Fall mal in 40, 50 Jahre zurückblicke, höre ich die Geschichte, die ich gerappt habe und denke so, ah, stimmt, da war doch was. Und ja, ich finde es schön, auch für die Leute, die das Ganze hören, dann finde ich es auch schön, weil du hörst ja Musik und dann findest du ja auch irgendwie das Gleiche wie dieser Sänger oder diese Sängerin. Und dementsprechend finde ich es schön, ich mache auch Musik für andere. Und wenn es auf Retro-Romanisch ist, finde ich es gerade noch schöner, weil es ist noch ein bisschen näher an den Retro-Romanen, als wenn sie deutsche Musik hören oder Englisch, was extrem weit weg ist eigentlich. Aber du spürst doch auch, von der Musik aus, auch wenn du nicht Retro-Romanisch redest, spürst du es ein wenig raus, was die Person gerade singt oder so wie sie gefühlt hat, auch so von der Melodie her. Stimmt. Ja, irgendwie. Stimmt schon. Mache ich auch, wenn ich italienische Musik oder spanische Musik höre, geht es vielmals auch um den Vibe. Voll mega. Aber da, nee, zwar, ich glaube, alle Emotionen kannst du eigentlich herauspicken. Ich finde, wenn es traurig ist, merst du direkt, es geht um Herzschmerz oder es geht um, es ist so ein erotischer, spanischer, Elektro-Pop-Song. Weißt du genau, um was es geht, es geht um loco, amore und was weiß ich, merkst du schnell raus. Aber ich finde, es ist schon schön, wenn man weiß, um was es noch geht im Text. Ja, voll. Ich persönlich habe das schon gerne und darum will ich eigentlich meine Texte auch so gut wie möglich immer übersetzen, damit man weiß, um was geht es. Ja, aber es ist ja auch eben, also besonders auch im Rap, ist die Lyrik dahinter extrem wichtig. Eigentlich schon, ja. Ich muss ehrlich sein, ich höre nicht viel Rap, weil ich vielleicht auch, meine Freunde sagen es mir immer wieder, ich höre nicht guten Rap oder den Rap, den ich mir das Bild über Rap mache, ist einfach so, eben halt lyrisch, nicht gerade tief. Aber es gibt dann auch so Rapper, die schon lange tot sind oder etwas, die wirklich halt lyrisch eben Geschichten erzählt haben, die wirklich etwas beibringen, was du in extrem vielen Songs hast, aber ich glaube, bei Rap ist es nochmal anders, weil du einfach nicht, also gibt es auch, aber Violinen im Hintergrund hast du jetzt wirklich da voll die Stimmung noch mit reinbringen, sondern es ist sehr viel lyrisch und dadurch finde ich es Hammer, also auch afromanisch, so das zu machen. Also ich wünschte, ich könnte es verstehen, aber schön, dass es da trotzdem noch Übersetzungen gibt. Du bist noch jung, du hast noch ganz viel Zeit, bis du pensioniert bist, vielleicht kannst du mal ein Wörterbuch kaufen und mal rein. Mehr mit, ja, das ist schon, ja, müsste ich wahrscheinlich schon. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Um was geht es eigentlich in dieser Folge genau? Hey, ja, eben, einfach über, über das Thema Sex, auch, auch im Rap und in den Texten, ähm, auch auf die Liebe hingezogen, du hast es vorhin auch bereits gesagt, wie stehst du zu dem Ganzen, das vielleicht auch, ja, wie, es ist, es ist ein, du hast gesagt eben, du erzählst Geschichten auch aus deinem Leben und ich glaube Liebe, wie auch Sex, gehört zu dem Leben von vielen Menschen und ist halt auch ein emotionales, besonders die Liebe, sehr emotional und es gibt viele, viele Liebessongs. Ähm, wie baust du das ein? Vielleicht auch eben, du hast es vorhin gesagt, in einer erotischen Art vielleicht einbauen oder Herzschmerz. Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein, ich bin ein guter Geschichtenerzähler oder ich erfinde auch Geschichten, also nicht alle Songs, die ich schreibe, ähm, sind eins zu eins, eins zu eins aus meinem Leben. Das ist so noch ein Ding, wo ich immer auch erwähnen muss. Genau, weil man in einer kleinen Region wohnt, wie hier in Graubünden, wo man retoromanisch redet, denken die Leute dann immer, alles, was du raushaust, ist eins zu eins, was du erlebst. Mhm. Ist nicht immer der Fall. Und somit, ähm, gibt es auch gewisse Songs, wo ich auch, ähm, ich sage, ich habe, ich habe einen einen Song, das, sage ich mal, ist so ein Sex-Song. Der, der, der Text, der Titel heisst Boogie Woogie und das kommt von einem romanischen Song, wo man gesungen hat, also im Kindergarten, so, und das heißt so, das ist der Boogie Woogie, rein, raus, rein, raus und schütteln. Und das war, das ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein Kindersong, wo man eigentlich so in einem Kreis rein, äh, springt und weiter heraus, darum, rein, raus, rein. Und das habe ich wie so um, 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 umgebaut und habe das als Riffel genommen, genau eins zu eins, aber mit anderen Parts. Ja. Und so, habe ich so eine Geschichte eigentlich erfunden von A bis Z, also es ist eigentlich ein Liebesakt von A bis Z in diesen zwei Parts. Also wirklich mit allen Details und da habe ich auch ganz viele Sachen erfunden. Gewisse Sachen habe ich schon erlebt, gewisse Sachen waren Wünsche, sind immer noch Wünsche und werden Wünsche bleiben, wo ich da im Song erzähle. Nee, aber es sind so verschiedene Sachen, die einfach, ja, wo sie einfach ergeben, auch während du Songs schreibst, wenn es gerade passt, dann, ähm, und wenn es niemanden verletzt, das ist, finde ich wichtig, kannst du es gut schreiben. Und darum, ja, habe ich eigentlich schon gerne so, und ich, ich höre auch gerne so, Songs oder Rap-Songs, die so, ähm, sexuellen Inhalt haben, aber auf einer, äh, guten Ebene. Ja. Und das gibt es schon. Ähm, aber es gibt natürlich auch die, die extrem sexistische Texte haben, Mhm. Und das sind meistens die, die am erfolgreichsten sind. Verrückterweise. Und man kennt vermutlich auch nur die. Man kennt die meisten, ach, so eine Scheiße. Und die, die eigentlich tiefgründige Geschichten und eben auch erotische Geschichten in Texten verpacken, die sind meistens unter dem Radar und die kennt man gar nicht. Und da auch als Nicht-Rap-Fan würde es einem dann eigentlich schon gefallen, wenn man das hören würde. Ähm, von dem her, ja, es ist so, im Ungleichgewicht. Mhm. Was geil ist und was on top ist und was so nicht geil ist, aber trotzdem on top und unten, unten sein müsste. Ja. Und wie ist das, also das ist vorhin auch bereits gesagt, du bist hemmungslos oder schon immer sehr hemmungslos gewesen. Ist es in deinem echten Leben auch so? Kannst du dort auch offen über Erotik sprechen oder ist es mehr, du fühlst dich wohler, wenn du es vielleicht auch gewisse Gefühle oder gewisse Wünsche in Form eines Songtexts schreibst? Hey, kommt drauf an, mit wem. Meine Freunde würden jetzt sagen, ich sei der Offenste vermeintlich in Freundenkreisen, also, muss ich schon sagen, in der Öffentlichkeit habe ich nie groß darüber geredet. Ich mache, ich erzähle meine Geschichten in den Songs und das reicht mir eigentlich auch. Mhm. Aber die, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich extrem offen bin mit diesem Thema, im Umgang mit diesem Thema und darum passt das eigentlich auch gut mit Gummilauf, weil ich glaube, du musst dieses Thema eigentlich schon gerne haben und du musst auch dazu stehen können, um über solche Dinge zu sprechen. Und das finde ich relativ wichtig. Es ist immer so ein bisschen ein Tabuthema, immer schon in der Schule gewesen, immer sagt, oh, red nicht zu viel über Sex und so Zeug. Finde ich voll nicht, weil jeder macht's oder jeder macht's mit sich selber oder was auch immer, aber jeder macht etwas Schönes. Sonst werden wir nicht hier. Genau. Ich finde es mega blöd, dass wir nicht darüber reden. Also wir sind es nicht so oft. Darum, frag mich, was immer du willst. Jetzt habe ich mal die Schar. Aber ist das vielleicht auch dein Turn, dass du denkst, du kannst so auch mehr Offenheit reinbringen, dass vielleicht Leute das hören? Ja, vor allem eben, weil die, weil, ich sage immer, Retro-Romanistan, weil die Leute in Graubünden viel in Dörfern leben und viel in, es ist tatsächlich ein bisschen konservativer. Und wenn man das ein bisschen auflockern kann mit Songs, finde ich es cool. Ich habe mal einen Song gemacht im Jahr 2019 mit dem Titel «Chill Blood», das heisst «Nackter Arsch». Und da ziehe ich mich im Video komplett aus. Also ich bin, am Anfang habe ich Kleider an, am Schluss bin ich komplett nackt auf einer Straße im Schnee. Und da rappe ich eigentlich drüber, von wegen, ja, du musst dich wohlfühlen in deiner Haut, bla bla bla, zieh deine Klamotten aus und renn, Fügelblut durch die Stube. Das ist eigentlich der Refrain. Fügelblut durch die Stube. Ja, und das war schon ein grosser Schock für die Retro-Romanen, muss ich schon sagen. Die waren schon ein bisschen aus den Häusern. Also das Video wurde unzählige Male geklickt und geschaut. Ich wurde sogar auf dem Titelbild von Blick draufgeklatscht. SRF, Fernsehmoderator zieht blank. Weil ich dann so eine Kindersendung moderiert habe im Fernsehen. Wir haben es richtig, richtig genossen. Ich habe es auch genossen. Ich habe gewusst, Sex sells. Und dazu war es mit 25, hatte ich noch einen richtig knackigen Popo. Und heute würde ich es vielleicht nicht mehr so explizit machen. Aber, ja, das war auch so eine Aktion, wo man die Leute aus den Dörfern mit konservativen Einstellungen ein bisschen aufrechtert kann. Und das werde ich vermutlich auch weiterhin machen. Da gibt es immer Leute, die das dann toll finden und die das nicht toll finden. Aber eben, fuck off. Es gibt einen Spruch aus dem Engadin, dort sagt man, äh, wortwörtlich übersetzt, Geschmäcker sind Geschmäcker, sagt die Katze und leckt sich am Arsch. Und es hat was, weil jeder findet etwas anderes toll und man muss einfach machen lassen. Darum finde ich, ich liebe dieses Zitat und ich verwende es mega oft. Und es passt überall. Geschmäcker sind verschieden, sagt die Katze und leckt den Arsch. Wunderschön. Aber in diesem Fall bereust du auch nichts, was du jemals gerappt hast oder sonst was? Vielleicht etwas, was... Was ich gerappt habe, bereue ich wenig. Okay. Was ich gemacht habe, auch gerade wenig. Nicht so viel, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, was ich besser mache. Doch, vieles könnte ich besser machen, aber es ist gerade gut, dass es nicht immer perfekt ist. Ich meine, Retrospektiv ist mega schön, wenn man Fehler macht. Ja. Und man lernt im besten Fall etwas aus dieser ganzen Situation. Im besten Fall, aber auch nicht immer. Definitiv nicht. Ich glaube, man wird nie perfekt sein. Nee. Das ist sehr schön gesagt. Ja. Nein, definitiv. Hast du schon neue Pläne für Songs, in denen du dich mehr über das Thema Sex befassen möchtest oder gar nicht? Ich habe jetzt... Jetzt kommen im Monatstag fünf Singles raus bis zum Sommer rein. Aber da geht es eigentlich nicht um Sex, weil ich bei diesen Produktionen... Ich war in Berlin bei meinem Kollegen und habe die dort produziert mit ihm zusammen und es war recht maskulin bei den Produktionen und wir haben die Beats gemacht und wir haben ein bisschen Bier getrunken und waren in so einem Mut, wo ich nicht auf solche Gedanken gekommen bin, leider. Es hat wirklich immer damit auch zu tun, was denkst du gerade, wenn du einen Song machst? Und wir haben die Beats gemacht und es war einfach nicht die Stimmung dafür. Aber will ich auf jeden Fall wieder machen. Sicher wieder mal Zeit für eine kleine erotische Nummer. Schreibst du deine Nummern so, die erotischen sind die eher, wenn du alleine bist entstanden oder auch im Zusammenhang mit anderen Menschen, die dich da vielleicht noch inspiriert haben? Nee, eigentlich schon alleine. Also ganz viele Leute haben mich schon inspiriert durch die Geschichten. Also da bedanke ich mich bei ganz vielen Menschen, die mir viele Türen geöffnet haben diesbezüglich. Und dementsprechend, nee, ich mache es alleine. Wäre mal interessant, wenn man in einer erotischen Stimmung wäre. Also irgendwie, ich weiß nicht, wenn du ein Date hast oder wenn du mit deiner Freundin, ja, irgendwie, du bist irgendwie intimer und denkst so, hm, jetzt muss ich mal was schreiben. Aber ich glaube, da kann man sich nicht konzentrieren. Ja, dann geht das so in zwei Richtungen. Ja, ich glaube. Hey, hey, warte mal kurz, Baby, ich muss ganz kurz. Kurz Text aufschreiben. Warte, warte, warte. Ja, könnte klappen. Könnte aber, ich glaube, ich glaube, das würde vielleicht zu lange dauern. Irgendwann wird man dann vermutlich müde. Weil es braucht tatsächlich lange, bis man mal einen Text geschrieben hat. Ja. Aber kommt drauf an. Es gibt auch die Quickie-Texte, wo man schnell mal, aber ich glaube, die qualitativen, ich glaube, wie beim Sex, richtig geil ist, wenn du dir Zeit lässt und wenn du ausgiebig in allen Richtungen ausschweifen kannst und dann es ausprobierst. Denkst du denn an gewisse Situationen, wenn du so einen Text schreibst? Schon. So persönlich oder? Schon, ja. Vielmals denke ich schon auch an, wenn ich schreibe, denke ich tatsächlich an diese Situation, wo ich vielleicht in diesem Moment gerade machen würde. Okay. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt in jedem Song darüber rappen würde, aber wenn es gerade so passt, auch so. Ich finde es auch cool, in einem, ich sage es mal, normalen Thema, irgendwie so einen Satz einzubauen. Wo, wo vielleicht, ja, irgendwie Zusammenhänge, aber wo man irgendwie so etwas erotisches noch einbauen kann, Finde ich so fast noch cooler. Hat immer so, dann hat es wie so einen roten Faden durch verschiedene Songs, wenn man mich hört und dann hat es immer so ein bisschen, so ein Augenzwinkern, eine Augenzwinkern-Line drin, wo man sagt, ja, 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 ich glaube, aber immer mit Respekt, das muss man schon. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, ja. Ja, also es gibt, es gibt genug, genug Musik oder andere Aspekte in der Welt, die das ganze Thema Sex vielleicht eher respektlos anschauen, aber ich finde es sehr schön, dass es auch genug romantisch-erotischen Texte oder andere Sachen gibt über Sex. Ja, Hört ihr zwei Songs über Sex singen? Ich glaube, den, den mir richtig geblieben war, wo habe ich den? Ich weiß nicht. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Aber ich glaube, den habe ich mal im Unterricht oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gehört habe, aber ich glaube, Sex widerspiegelt sich in so vielen Aspekten des Lebens und besonders die Liebe, die ja auch mit, also es gibt auch Sex, die nichts mit Liebe zu tun haben, aber ich glaube, ein großer Teil von Sex hat sehr viel mit Liebe zu tun und ich glaube, dort Liebe widerspiegelt sich überall in der Welt und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist auch das Thema, wo am meisten in den Lieden vorzufinden ist. Liebe ist... Liebe ist... In verschiedenen Varianten halt... Menschen probieren, ihre Liebe zu erklären und das kann man durch Musik machen, man kann es durch Kunst machen, man kann es in so viele Arten machen und ich glaube besonders, das darüber sprechen und die richtigen Worte finden, kann man in Songs besonders gut machen. Oh ja, definitiv. Das ist so schön. Das stimmt. Weil irgendwie sprechen alle über... Nicht hundertprozentig über das Gleiche, aber es gibt so viele verschiedene Arten über die Liebe zu sprechen und das ist, glaube ich, das. Warum das Thema auch noch nicht ausgefressen ist, ich weiß nicht, ob es jemals genug Liebessongs geben wird. Es gibt so viele Künstler, die sagen, ja, ich werde nie ein Liebeslied machen und am Ende gibt es trotzdem immer die Liebeslieder. Auch wenn es nicht offiziell Liebeslieder sind, oh sorry, sind es meistens Liebeslieder. Ja. Ich meine, was gibt es Schöneres? Als die Liebe. Als die Liebe. Ja. Es gibt fast nichts. Ich könnte es... Stell dir vor, jemand würde mir eine Million geben oder sagen, willst du für immer Liebe empfinden, würde ich Liebe nehmen. Ja. Aber dann schon durchgehend richtig viel Liebe. Die ganze Zeit so... Ja. Das wäre schon geil. Schmetterling im Bauch. Ja. Hey, das ist wunderschön. Aber ich glaube, wir müssen jetzt ganz kurz wieder ein bisschen weg vom Thema. Wir haben so ein kleines Ritual in unserer Podcast-Folge, nämlich den Gummilauf Wahrheit oder Pflicht. Wird jetzt an dich gerichtet, was immer du möchtest, Wahrheit oder Pflicht? Ich glaube, Pflicht. Pflicht. Ich glaube, wir haben heute so über ein gewisses Thema gesprochen, auch etwas, was dich auf eine gewisse Art widerspiegelt. Willst du für uns rappen? Kann ich, kann ich tatsächlich, ja. Ich kann nicht nur darüber reden, ich müsste ja schon ein bisschen zeigen, was ich kann. Eigentlich schon, ja. Bestimmt ein bisschen. Aber ich zeige es auch gerne. Willst du vollkommen akustisch? Ich mache nicht ein Freestyle, ich mache ein Part aus einem Song, der gerade erschienen ist von mir. Oh, nice. Numero und im Text der Refrain geht so, ich weiß deine Nummer immer noch auswendig, du hast drei Nullen und eine zwei in deiner Nummer. Das ist so der Refrain. Okay, geil. Ich weiß immer noch, ich kenne deine Nummer immer noch auswendig. Okay. Das ist so ein Liebestrack bezogen auf, nein, nicht ich vermisse dich, aber doch schon so ein bisschen. Aber ich muss sagen, dieser Song, der ist frei erfunden. Es ist so eine Geschichte, wo mir einfach immer im Kopf war, diese Idee und ich finde es schön, ich finde es schön. Man muss die Liebe auch lieben, die man gehabt hat. Also auch das soll ein Teil vom Leben sein. Und darum rappe ich ein paar kleine Lines jetzt. Nice. Sollen wir irgendwas machen? Ein Beat oder so? Oder einfach Acapella? Heute bin ich, glaube ich, Acapella unterwegs. Okay. Aber nachher teste ich euch noch schnell, wie ihr bittet. Also, ich fange mal an. Wir sind Linz. Ich habe das Kapel auf Schweizerdeutsch so alt. Huregeil. Wirklich. Hammer. Geil. Romanisch klingt sehr schön. Es ist wirklich schön. Es klingt wirklich schön auf den Horn. Und ganz viele Wörter habt ihr vermutlich auch verstanden. Ja, ja. Ich sage so Solo, Hallo, Incognito, Apero. Das sind so viele Wörter auch vom Deutschen her. Ja, wirklich. Ja. Und das könnt ihr natürlich jetzt auch noch mit der Melodie. Ihr müsst den Song nachher hören und dann zeigt ihr mir off the mic, zeigt ihr mir, wie ihr dazu Beatboxen würdet. Können wir machen. Es ist ein richtig komplizierter Beat. Also das ist richtig eine krasse Challenge für euch jetzt. Wir probieren es später. Ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Oh mein Gott. Wir probieren es später. Ja, aber ich glaube, also für mich ist das, war das eine Hammerfolge. Hast du noch etwas, was du mitteilen möchtest an alle Zuhörer da draußen? Ähm, ich sag, ähm, verbreitet Liebe in allen Variationen. Wie gesagt, es gibt viel, es gibt nie zu viel Liebe. Das ist, glaube ich, die Hauptmessage. Yes. Und rappt vielleicht nicht über Bitches. Nur so über die Liebe. Genau. Genau. Moni, hast du noch was anzuklingen? Jetzt, ganz ehrlich, ich möchte dich beatboxen hören. Das Einzige, was ich kann, mit dem beenden wir jetzt, wir haben das im Schulunterricht gelernt. Einzige, was ich kann. Und ich kann auch so ein cooles Rrrr. Aber sonst, das könnte ich wie einbauen, aber mehr kann ich leider nicht. Ja. Nein. Adlibs, Adlibs kann ich gut, aber sonst nicht. Also, danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns auf weitere Folgen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, tschüss.